Moin, hier ein neues Video zur Diablo 3 und zwar dem Public Test Room, also dem PTR, den kommenden mit dem Patch 2.6.6. Ich versuche das recht kurz zu halten, weil nur wegen euch und des Mikros habe ich meinen Ventilator ausgestellt. Also deswegen schauen wir mal drüber. Es gibt das bisher nur auf Englisch. Also bla 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 und so weiter. Es geht halt um die wichtigen Sachen, wenn es losgeht. Hier steht drin, we'll be conducting the Patch bla 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 starting Thursday, July 25. Das ist eigentlich heute. Und ich habe bei mir in meinem Launcher den PTR auch schon aktualisiert. Man muss den aktualisiert, um den zu spielen. So. Es gibt zwei Buffs in der Season. Increased Legendary Drop Rate und Double Blood Shards Drops. Das Feedback hätten sie gerne natürlich im Butt Report und so weiter und so fort. PTR Goals, wie es immer, bla bla bla. So. Was haben wir denn noch? Try to break things. Oh, das wissen wir auch. Bla bla bla. Update to focus on testing. Wizard is, for example, the primary wizard player and consider the changes impact the wizard specifically. Das werden wir dann sehen, was dann los ist. Also Patch Notes hier. Das ist das Wichtige. General. Bla bla bla. A pet has been added that will be available for players who pre-purchase Warcraft 3 Reforged. Auf dem PC auch nicht. Also es gibt ein Pet. Keine Ahnung, was das sein wird. Für die Leute, die Warcraft 3 die Reforged Version vorbestellen. Gut. Wer da kein Interesse hat, kriegt dieses Pet nicht. Okay. Seasons. The Season Buff für 18. Okay. The Season of Triune has been added. Triune will ability have a chance when hitting an enemy to spawn a circle that gives a power. Soll heißen, das ist wie dieser Ring, der Oculus Ring, aber, ähm, all abilities, also alle Fähigkeiten haben eine Chance, diesen Circle, ähm, diesen Kreis entstehen zu lassen, der bestimmte Power gibt's. Only one circle can be activated at a time. Das ist auch so. Gut. Power. Player in the circle receive 100% mehr Damage, also 100% mehr Schaden. Ähm, 50% äh, weniger Ressource kosten. Und, ähm, Cooldown, äh, any skills currently in Cooldown have, äh, offer a Cooldown more quickly. Ja, äh, wie genau, wie schnell, das steht da halt nicht drin. Na, das haben sie, ähm, die letzten Seasonal Buffs haben sie halt, äh, mehr, äh, für das Endgame gemacht und das soll jetzt so was sein, dass man halt auch in der Season Journey und so was machen kann und, äh, äh, Player, dass das sogar für Player Level 1 wirkt und solche Geschichten. Also, naja, ich weiß nicht, dieser Buff den Oculus einfach so zu tun. Ich weiß, ich frag mich halt jetzt, ob der Oculus und dieser auch, ähm, stacken, wenn da man sich in beide Kreise rein stellt. Naja, gut. Also, dann haben sie hier noch, ähm, Developer Note, äh, the additional specific notes below for broadly 266, certain classes with longstanding requests are balancing quality of life adjustments und a broader player base of experience with a nice cube. Okay. Wollen wir mal gucken, was da noch drin ist, äh, we are making some of the craftable sets for Hedrick, more applicable, fresh level 70. Okay. Also, die wollen so ein paar Sets mehr lohnenswert machen, dass man die, ähm, machen kann. Ja, was ist hier? Flavor of Time, das ist dieses Amulett. New Legendary to Power. Gab es bisher nicht. Pylon Effects last twice as long. Das sind quasi die illusorischen Handschuhe als Amulett auch für Grifts. Bloß doppelt so lang. Das ist natürlich ganz schön böse, ne? Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, ein Supporter wird diese Dinger mitnehmen, weil er dann zum Beispiel einen Power-Pylon oder Conduit-Pylon doppelt so lang in einem Grift mitnehmen kann. Holla die Waldfee. Alter, schwer. Das ist richtig. Das ist richtig böse. Die Execution, das ist, glaub ich, so ein Zweihandachse oder sowas. New Legendary Power. Attacks will slay enemies with less land. Äh, 5-10% Health. Hm. The Slay, ja gut, okay. Will töten ist halt die Frage. Ob er den geschlachtet? Weiß ich nicht. 5-10%, okay. Stone Gauntlands. Das sind diese, ähm, äh, Handschuhe, die gerne mal vom Barbaren getragen werden. Getting attacked. Getting attacked will, was? Will slowly turn you to stone. Aha. Wird uns langsam versteinern. Steiner. You gain 50% mehr Armor. Okay. 50%. But your movement speed is reduced by 15%. Attack speed is reduced by 20. The effect stacks up to 5-mal. Also, ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Du verlierst halt richtig viel Attack speed und, ähm, äh, ähm, Attack speed und, äh, Bewegungsgeschwindigkeit. Kriegst auch 50% mehr Armor. Ja, toll. Super. Echo Fury. Aha. New Legendary Power. Slaying enemies and goes the wielder into a frenzy. Killing enemies increases your attack speed by 15% and movement by 5%. Aha. Okay. Na gut. Also, dass man schneller wird und attack speed gewinnt, ist nicht schlecht. Echo Fury. Hm. Squirt's Necklace. Also, das ist Krümelchen's, ähm, ähm, Amulett. New Legendary Power. While not taking damage. Your damage is increased by up to 100% and damage taken is increased by up to... Boah. Solange ich keinen Schaden kriege, ist mein Schaden um 100% erhöht. Aber ich kriege auch 50% mehr Schaden, wenn er mich denn dann mal hit. Und dann ist der Schaden sofort weg. Hm. Naja. Messerschmidt, ähm, keine Ahnung. New Legendary Power reduces the remaining cooldown of one of your skills by one Sekunde when you slay an enemy. Aha. Okay. Also, jedes Mal, wenn ich einen Gegner töte, wird mein, äh, einer meiner Skills um eine Sekunde runtergesetzt. Ob das, äh, was bringt, weiß ich nicht. Mortix Brace. Also, ähm, Armsheen. New Legendary Item. Oh, das sind neue sogar. Wrath of a Berserker against the effect of every rune. Oh, Alter. Oh, scheiße. Barbaren incoming. Bersi incoming, ne? Boah. Developers know. If you played during the patch 2.0, you will recognize this is an item we later removed from the game. Genau. Ja, ja. Wir hatten das schon mal drin. Genau. Before it went to a life service. At the time, Mort Express gave too much power for a single item slot. However, the power curve of Diablo 3 has changed significantly since then and we've come full of, oh. Ja, die haben, das ist ein Barbaren-Buff, ne? Also, die gab es schon mal und die haben sie rausgenommen dann wiederum. Also, aus dem PTR. Also, auf dem PTR gab's den schon mal, haben sie dann aber nicht in Live-Version gebracht und jetzt kommen sie doch. Spite. This item can be crafted from a Bagsmith and is not a normal Loot drop. Okay, Spite. Keine Ahnung, was das sein soll. Äh, äh. Non-cleaving Gargantus gain the cleave and chilling effects from the Humongous rune. Spite? Aber was ist das für ein Slot? Was heißt denn Spite? Keine Ahnung. Also, das, okay, ähm, non-cleaving Gargantus gain the cleave and chilling effects from Humongous. Das ist diese Rune Gigantoid von den, äh, Witch-Doctor, ähm, Kolossen. Das war die einzige Rune, die interessant war. Deswegen hat man die immer genommen. Und es gibt eigentlich auch keine andere, die wirklich Sinn machen würde, dass man die als Ersatz nehmen würde und dass es so viel Power, äh, geben würde, dass man den noch dazunehmen würde und einen Slot dafür aufgeben würde. Hm. Legacy of Dreams. New Legendary Gamble. Neuer, ähm, Edelstein. Weil du nicht, ähm, set-bonus hast. Every Legendary Item you have equipped increases your damage dealt by 300,75% and reduces your damage taken by 2. Max Level 99. Scheiße. Ranked for Mo21. This bonus is doubled for Ancient Items. Das ist echt böse. Das ist wie in dieser Season, dass du halt keine 750% pro Uraltes kriegst, sondern du kriegst pro Uralten 3,75, beziehungsweise dann auf Max Level das 99-fache davon. Plus jedes Ancient Item kriegst du, ähm, 7,5. Boah, Alter. Stimmt gar nicht. Acht, ne? Ne, 7,75 irgendwie sowas. Egal. Ah. The End Game opens up significantly with Season 7 Legendaries of Nightmares. Ja, das stimmt. Genau. And Community was clear about how much these new options were appreciated. Ja, super. But wanted to make this edition a more permanent fixer. Ja, das ist halt völliger Quatsch, was sie schreiben. In a more extremely way than simply making a baseline. This legendary game should open that path to even further and more opportunities than just late game. Oh. Ja. Ich frag mich, wofür braucht man dann das Lonset noch, ne? Das, obwohl, warte mal. Man kann ja beides tragen. Lonset und den Stein. Das heißt, man hat pro Lonset, pfff, 7,5% mehr Schaden. Auf, oh, Alter. Uuuh. Ui, 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 ui. Da muss man mal gucken. Crafted Sets. Ja, ich will jetzt einfach weitermachen. Ich lese das nur kurz vor, was das ist. Ich will jetzt noch keine, ähm, ähm, Dingens dazu lagen. Note, the following sets have been significantly revised from the existing... Aha. Okay, bla, bla. Items crafted prior to... ...will continue to exist in the old farms, but not be updated after the patch. Okay, bla, bla, bla. Also, Sages. Genau, der Sages-Belt. A belt has been added to the set. Es gibt einen Sage-Belt. Also, das Atem des Todes-Farm-Set. Hedrick and the Blair learned how to forge the set. Ab Rang 12. Okay, fragt sich jetzt, ob dann immer noch der Dreier-Bonus vonnöten ist, oder dann der Vierer-Bonus. Für die, ähm, erhöhte Zahl von Atem des Todes. Captain Crimson's Charming. 3 Sekunden. Reduce cooldown. Oh, das ist jetzt bei 20. Das ist natürlich... Die Supporter? Ist das echt ne Idee, dann, ne? Reduce Recoast-Cost. Okay. Äh, Set-Belt hat been replaced. Damage-Stell is increased over the total percentage of cooldown reduction. Okay. Damage taken is reduced by your total percentage of reduced cost conduction. Auch wieder für Supporter interessant. Au-Kill. Ah, Au-Kill kommt wieder. Set-Bonus, they have been replaced. Damage taken, äh, by 15 by 30. Drei-Retang elite, oh, 30. Oh, increased damage against elite, 30. Canes, Destiny. Set-Bonus, Canes. Attack-Speed increased by 8. 50% experience. Level 7. Moved from reset-Bonus. Okay. When a greater Rift-Eastone drops, there is a 25% chance for an extra drop of 1 drop. Oh, das ist ja Quatsch, ey, alter. Zum Farmen kann man das da wieder anziehen, ey. Auf T16 oder sowas. Kann man das vielleicht anziehen, ich weiß es nicht. Egal. Bug fixes. Bug fixes an error had occurred when reporting a player via friend request. Fix an error that occurred when saving an existing friend note without making changes. Okay. Und dann hier unten, ähm, wie man daran teilnehmen kann, wie man die exportiert und so weiter und so fort. Das sind wirklich die allerersten Patch-Notes, die es nur auf Englisch gibt. Ihr könnt sie gerne ansehen. Ich werd die noch verlinken hier, also den Link da unten in der Beschreibung vom Video. Ähm. Ähm. Also, ich bin im Moment nicht gerade begeistert davon. Die haben, äh, ein paar neue Items eingeführt. Die haben die, ähm, gecrafteten Items wieder ein bisschen interessanter gemacht. Keine großen Game-Changing-Sachen bis jetzt auf dem PTR. Ähm. Kleine getunte Geschichten haben sie halt gemacht. Einen neuen Game eingeführt. Und, ähm, ja. Das wird nächste Season, wenn das wirklich so kommen sollte, wirklich böse. Hier steht leider nichts, wie lange der anhält, der PTR. Aber wenn sie den jetzt schon testen, obwohl die Season noch läuft, hm. Könnte sein, dass sie vielleicht sogar noch einen zweiten machen. Oder einen zweiten an zwischen den Seasons irgendwie sowas. Dass sie dann da nochmal das updaten und dann ein bisschen rumschrauben an den Zahlen. Aber erst mal, ab heute, ähm, kann man sich das antun. Sich den PTR ankucken. Thursday, July 25. Äh. Und, ja. Wer Spaß hat, kann sich das antun. Ich werde das natürlich auch testen. Und mal gucken, ob ich da noch so ein paar Videos raushauen kann. Mal sehen, wie schnell man da zum Beispiel den Game leveln kann auf 99. Um dann mal zu testen, wie viel Schaden das da wirklich ist. Und ob man den zusammen mit dem Set tragen kann und bla 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 bla. Und alles mögliche. Also. Erst mal wird es ein Patch. Ein PTR-Game für das Patch 2.6.6. Der ab heute live ist. Und testet das. Schreibt zurück an Blizzard, was da, ähm, euch aufgefallen ist. Bringt den zum Absturz. Und wollen wir hoffen, dass man den wirklich testen kann. Dass der nicht zu voll ist. Dass man da wirklich reinkommt und keine ewigen Wartezeiten hat. Wie es hier schon mal war. Und dann, ja. Bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.